Unter allen Fußballfans ist er definitiv einer der verrücktesten. Clément Tomaszewski, Fan der französischen Nationalmannschaft. Die Equipe Tricolore hat es ihm angetan und das schon seit vielen, vielen Jahren. Es war der 16. Juni 1982 in Bilbao. Mein erstes Spiel bei einer WM. Frankreich gegen England und wir haben 3 zu 1 verloren. Da habe ich mich mit dem Virus infiziert. Es war besonders, denn zu dieser Zeit hatten die Engländer keine Hooligans. Es gab einfach keinen Hooliganismus. Alles war sehr brüderlich, die französischen und englischen Fans Hand in Hand. Wir tranken zusammen und sie sangen die Marseillais genauso wie ich. Das war eine besondere Atmosphäre und da hat es einfach klick gemacht. Seitdem hat Tomaszewski kein Turnier mehr verpasst, hat die Großen alle spielen sehen. Platini, Zidane, Henri. Rund um die Welt für den Fußball. Das Paradoxe ist, ich habe 41 Länder besucht und 8 Weltmeisterschaften gesehen, aber ich spreche nur Französisch. Ich kann auf Englisch nur Fenster sagen, wenn ich ins Flugzeug steige, denn ich habe große Flugangst. Wenn Frankreich gegen Argentinien antritt, ist Tomaszewski dabei. Was mir fehlt, ist ein Antreiber, der TGV, der Anführer des Teams. Wir haben einige sehr gute Spieler wie Griezmann, aber ich fürchte, dass er erschöpft ist, denn er hatte ja sehr lange keine Pause. Trotzdem, die Hoffnung ist auch bei Tomaszewski da, dass diese hochveranlagte junge französische Mannschaft noch lange im Turnier bleibt. Ich habe Nizza am 13. Juni verlassen und mein Rückflugticket ist auch den 17. Juli datiert. Ich habe also Hoffnung. Es wird meine achte und letzte WM. Daher hoffe ich, dass es eine besonders schöne wird. Und dann zurück nach Frankreich. Das wird schon hart, aber letztlich, es ist nur Sport. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Didier Deschamps wird schon alles getan haben, um die Mannschaft gut auf die Zukunft vorzubereiten. Didier Deschamps wird alles getan, aber er wird das Zukunft der Vereinigung der Team. Denn das junge Team um Dembélé, Mbappé und Co. ist noch längst nicht auf seinem Zenit. Und dennoch ein Mitfavorit auf den Titel bei der letzten WM ihres Superfans. Und dennoch ein Mitfavorit auf den Titel bei der letzten WM ihres Superfans.